Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, frischen, tagesaktuellen Folge zu Rise of Minecraft. Es ist mal wieder soweit, oder es war mal wieder soweit. Gestern Abend hatten wir einen wunderschönen kleinen Livestream. Wer den verpasst hat, hat noch die Chance, das Ganze nachzuholen. Eventuell sollte nämlich der Broadcast noch auf meinem Livestream-Kanal zu sehen sein. Auf Twitch, da müsstet ihr einmal in die Videobeschreibung gucken, da ist besagter Kanal verlinkt. Und wir haben das hier gebaut, nämlich ein Häuschen, eine nette Verpackung für die Laserdrills. Und auch hier schon direkt mit einem Fahrstuhlschacht, der das Ganze anbindet an einen möglichen Ausgang unten Richtung Reaktorhaus. Hier steht ein Schaf noch auf dem Massenspeicher, was mit dem Ganzen nichts zu tun hat. Wir gehen erstmal rein. Ich habe übrigens für alle, die den Livestream geguckt haben, hier noch einen Travel Anchor reingesetzt. Also das ist der Unterschied zu dem, was wir gestern gemacht haben. Das Ganze ist alles versteckt. Ich habe jetzt mal die Maschinerie angelassen, einfach weil ich darauf angewiesen bin, dass ein paar Maschinen gerade laufen. Und wenn nicht oben unbedingt der Building Guide an ist, zu dem ich gleich nochmal komme, dann ist das Ganze auch gar nicht mal so laggy zurzeit. Ja, hier haben wir den Boden reingezogen, auch hier nochmal so ein Cover drüber gesetzt. Man guckt jetzt nicht mehr auf die Wiese hier unten. Eventuell muss ich mir da nochmal was überlegen, dass man da nicht so reingucken kann. Beziehungsweise das hier unterhalb mit Beton auskleiden in den Bereichen, wo man eben dazwischen gucken kann, halte ich jetzt allerdings nicht für so super wichtig. Dann sind wir hergegangen und haben hier das Kryo-Kabel angeklemmt, sodass das Warp-Item-Duct auch als Warp-Item-Duct funktioniert. Denn natürlich benötigt das Strom. Wir haben aber 1,5 Millionen Lithium im System. Hier haben wir noch einiges nachgelegt. Wir haben 1,5 Millionen von diesem Lithium-Dust im System, sodass wir das gar nicht brauchen im Moment. Damit kommen wir direkt zum Nächsten. Ich habe eben schon mal über den Building Guide gesprochen. Der hat gestern zu ein paar Lags im Stream geführt. Lag daran, dass der Fabi, vielen Dank nochmal dafür, mir nochmal weitergeholfen hat mit dem Bau des Todessterns. Und ihr seht schon, die obere Hemisphäre ist komplett zu, komplett dicht, die Kuppel. Hier unten hat er auch schon ein ganz schönes Stück weiter gemacht. Hier kommt er wohl nicht weiter. Da gibt es wohl irgendwie Spawn Protect oder Sonstiges. Da muss ich weiter bauen. Das werde ich die Tage mal in Angriff nehmen. Dann haben wir hier unten die letzte Lücke geschlossen, wo noch Maschinen fehlten. Und zwar haben wir einen Metallurgic Infuser da reingesetzt, der mit Kohle arbeitet. Den hatten wir noch nicht. Wir hatten ja hier auf der Seite diese drei mit Redstone und Diamant und Obsidian. Jetzt kommt noch zusätzlich, ich muss mal kurz ins System gucken. Facade. Haben wir noch Alufassaden. Da sind sie. Dann können wir das nochmal so auskleiden, wie es auf der gegenüberliegenden Seite auch passiert ist. Wobei ich glaube, da an der Seite muss halt auch gar nicht, oder? Ne. Das war aber gar nicht das, was ich jetzt tun wollte. Was ich eigentlich machen wollte... Verdammt. Was habe ich da rausgenommen? Alle drei Conduits. Das ist natürlich kacke. Das müssen wir jetzt natürlich sofort reparieren. Von wo am besten? Am besten da. Ich hoffe, jetzt ist alles richtig angeschlossen. Werden wir im Laufe dieser Reihe hier noch erfahren, ob das jetzt richtig war. Aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, war das hier. Wir haben hier nämlich im Moment einen kleinen Engpass. Ich habe die Bestellrate an Erridged Alloy schon mal hochgesetzt, so dass es auf jeden Fall in Zukunft mehr davon auf Lager gehalten wird. Hier sollte eigentlich Redstone... ... 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 geplant hatte. Redstone, so kann es natürlich umso weniger funktionieren. So, ich hätte gerne von dir Redstone exportiert und zwar super schnell. Device Missing Channel, Missing Channel, Missing Channel. Jetzt funktioniert es. Könnte eventuell damit zu tun haben, dann muss ich vielleicht hier alles nochmal aktualisieren. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier die Kabel ein bisschen sortiert, ein bisschen umgelegt, ein bisschen strukturiert, an ein paar neue Kabel verlegt, weil ich hier jetzt vor der Aufnahme dieses weiter vorbereitet habe, was wir schon länger weiterbauen wollten. Ein bisschen Vorratshaltung. Hier hatte ich jetzt angefangen, die ganzen Prozessoren, die wir eigentlich längst schon mal hätten ins Vorratssystem packen sollen, habe ich jetzt endgültig mal reingepackt. Hiervon möchte ich immer 15.000 von den Logic, von den Calculation immer 10 und von den Engineering Prozessoren immer 5.000 im System haben. Dementsprechend sind jetzt auch viele Crafting-Units mit diesen Bestellungen beschäftigt und das soll ja kein Dauerzustand sein. Ihr seht schon, ich habe deshalb hier etwas im Gepäck. Und zwar werden wir mehr Crafting-Units brauchen, beziehungsweise werden sie nicht brauchen, nicht zwangsläufig, aber wir werden sie bauen, gerade damit dann diese großen hier frei bleiben für große Bestellungen und sowas wie diese lächerlichen kleinen Bestellungen von 5.000 davon, von 5.000 davon, keine Ahnung. Das können dann etwas kleinere Units übernehmen und ich setze hier mal gerade schon mal etwas dazwischen als Abstandshalter, denn diese kleineren Units werden immer noch groß genug sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich fange hier einfach mal eine an. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Hier vorne kommt ein Monitor rein und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Lassen wir das erstmal so. Provisorisch, der wird natürlich noch länger. Also, das sollen so Scheiben werden, die entsprechend vom Aufbau den Prozessoren hier unten gleichen und dann hier oben drüber hängen. So viel zu dem Plan. Jetzt müssen wir mal da drunter gehen, denn irgendwie muss das Ganze ja auch angeschlossen werden. Das ist hier am weißen Kabel. Das hatte vorher auch den Vorratsschrank, sag ich mal, mit versorgt. Da habe ich das grüne Kabel drunter gelegt und das weiße einfach abgeklemmt. Das war relativ einfach. Jetzt bleibt das weiße komplett nur für die Crafting Units. Fünf Kanäle sind da belegt. Und da haben wir das Dense Kabel direkt angeschlossen. Alles klar. Dann brauchen wir weiter White Dense Kabel. Und das packen wir mal hier oben hin. Das ins System. Ein wenig Conduit. Die habe ich auch nachgelegt ins System. Das war noch nicht der Fall. Dense Conduit und Fassaden brauchen wir. Da muss ich mal näher an den Bildschirm rücken. Diese hier. Diese sind die Fassaden, die wir benötigen. Dann gehen wir hierher und ziehen das Kabel noch ein wenig länger. Und dann werden wir sehen, ob ich überhaupt die richtige Fassade da jetzt eingepackt habe. Denn ich glaube, wir gehen lieber hier nochmal ein Stück raus. Und dann hier hoch. Und dann habe ich eine richtige Fassade auf jeden Fall dabei. Aber wenn ich jetzt nochmal Fassade suche, dann müssten wir auch hier sind sie genügend davon haben. Eins, zwei, drei. Jetzt kann ich nämlich reingehen. Im Idealfall sogar auf die richtige Etage. Und dann kann ich in der Wand, denn hier wird die Wand sein, das Ganze hochziehen. Und dann auf welchem Level komme ich dann raus am besten? Hier. So ein kleines Selbstgespräch gerade, weil ich das alles vorher nur so grob geplant habe. Da kommt dann eine Fassade in der Farbe der Wand hin. Und das war doch eins zu niedrig. Kloppen wir das Ganze nochmal weg. So. Und so. Ich glaube. Und dann muss es im Grunde nur hier entlang geführt werden. Und ausnahmsweise jetzt auch hier lang, damit der schon mal online geht, obwohl er eigentlich zu kurz ist. Normalerweise haben die dann direkt Kontakt. Und jetzt muss ich einmal nachzählen, wie viele das sind, damit es von den Kanälen auch auf jeden Fall kein Problem gibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Macht Sinn. Wir hatten fünf große, also A jedem großen. Zwei kleine sind zehn kleine. Macht irgendwie verdächtig viel Sinn, dieser Aufbau. So. Wir fangen auch das schon mal an. Wir verbauen mal, was wir so haben. Das reicht genau für die eine Spur. Und dann können kleine Aufträge, wie gesagt, sowas, was hier anfällt, dann von den Units da oben, und da passiert es nämlich schon, von diesen Units entsprechend übernommen werden. Und dann können wir jetzt Crafting Units bestellen. Davon ruhig nochmal, Moment, wir brauchen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Mal in der Höhe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also 60 Units, also insgesamt 600 Units. Denn das Ganze wollen wir zehnmal aufbauen, also Crafting 600 Units. Dafür fehlen uns Sertus Quartz Seeds. Scheinbar ist das Rezept für Sertus Quartz Seeds nicht im System. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es ist aber tatsächlich so. Okay. Dann werden wir das Ganze natürlich regulieren. An dieser Konsole. Certus Quartz Seed. So, dafür brauchen wir den Dust. Und wenn wir da mal reingucken, Dust, Certus Quartz Dust, den können wir allerdings craften. Das heißt, wir müssen nur noch die Seeds, da sind sie, hier mit reinlegen in den Assembler. Und wenn ich dann hergehe und sage, ich will Unit davon 600, hatten wir gesagt, dann lässt sich das Ganze auch wunderbar bestellen. Jetzt interessiert mich natürlich, woran hängt es, dass es nicht entsprechend sofort fertig ist. Das scrollen wir mal hier durch, die CPUs. Da frage ich mich gerade, warum das nicht weitergeht. Reinforced Atomic. Ja. Das müsste eigentlich abgesaugt werden. Eject On. Output Dark Blue. Moment. Output Dark Blue nach hinten. Ja. Dann müssen wir mal da hergehen und reingucken. Ja, kommt man da jetzt dran, ist die Frage. Kommt man da jetzt dran? Dann, wir nehmen mal das hier weg. Und einmal die Fassade hier. Dann müsste ein Item Conduit, Item Conduit müsste ja schon hier dazwischen sein eigentlich. Item Conduit, da. Und da sieht man auch, dass es eigentlich fast richtig eingestellt ist. So müsste es sein. Jetzt läuft die Maschine auch weiter. Perfekt. Das sind einfach Sachen, die haben wir bisher, die haben wir vorbereitet und gebaut, aber bisher selten gebraucht. Was der Grund ist, dass der Grund dafür ist, dass wir die noch nicht alle hundertprozentig eingestellt haben. So, aber eigentlich wollten wir nicht da nachgucken. Das ist jetzt nämlich fertig. Jawohl. Sondern wir gehen auf den CPU, die das hier craftet. Ich weiß nicht, warum das immer wieder weg springt. Ja, weil die Nummerierung wechselt. Das ist natürlich ärgerlich. Dann müssen wir doch mal hierher gehen und gucken. Hier werden die Units gecraftet. Das hängt jetzt natürlich an den Circuits. Aber es sind nicht mehr so viele. Ja gut, hiervon auch einige. Und dann würde ich mal sagen... Ne, ist eigentlich okay. Wir können es nicht weiter beschleunigen im Moment. Diese Maschine hier arbeitet auf Hoch tun. Und... Jawohl. Schneller geht es im Moment nicht. Denn das hier wird alles benötigt, um die Units zu bauen da oben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, denn ich würde sagen, damit sind wir am Ende, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr gerne abonnieren. Wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, es wird in nächster Zeit noch ein wenig mehr Crafting geben. Und ein wenig mehr Energiespeicher. Ansonsten sehen wir uns morgen oder die Tage wieder. Ich weiß noch nicht, wie regelmäßig jetzt wieder was kommt. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.